Was hast du da heute gemacht? Ja, das war die große Herausforderung vor einer weißen Leinwand, vor etwas ganz Unbefleckten zu stehen und Farbe darauf zu bringen und einfach geschehen zu lassen. Wirklich diese große Freude zu entdecken, dass etwas entsteht, ohne dass ich viel dazu tun muss. Okay. Und was siehst du da jetzt vor dir? Jetzt sehe ich ganz viel von mir. In den Farben, in den Strukturen ist es ganz viel von mir, ohne dass ich es bewusst hätte gestalten wollen. Okay. Cool. Ja, danke. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.